Heute animieren wir mit CSS eine Neon Gradient Border. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute animieren wir mit CSS und hier dem CSS Pre-Prosessor SAS eine Gradient Border. Das Ganze ist nicht wirklich Standard, sage ich mal, weil wir nicht einfach hingehen können und beispielsweise uns ein Border-Image erschaffen und dieses Border-Image anschließend animieren. Das Ganze funktioniert so nicht, deswegen müssen wir einen kleinen Workaround bauen und ein bisschen um die Ecke denken. Das Ganze ist aber ziemlich cool und ist ein wirklich witziger Effekt für eure Webseite. Wenn ihr dennoch Fragen, Probleme oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung ist ein Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach so mal Hallo sagen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier das, was wir heute machen werden und zwar eine animierte Neon Border, also wir sind wieder im Neon-Raum und einen Link zu diesem Code bzw. zu der Live-View findet ihr unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das Ganze angucken und selbst manipulieren. Ich empfehle aber jedem zu verstehen, wie dieser Effekt wirklich funktioniert, damit man ihn adaptieren und für sein Projekt anpassen kann. Ansonsten legen wir jetzt los und gucken mal, wie wir mit CSS ein bisschen einen Workaround bauen, um ein Linear-Gradient zu animieren. So, los geht's mit dem eigentlichen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier meine Standard-Entwicklungsumgebung hier an der Seite Chrome, hier Visual Studio Code in meinem Custom-Theme mit meiner Standard-Entwicklungsumgebung. Diese ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten habe ich für dieses Tutorial noch nichts vorbereitet. Wir haben hier eine relativ leere Index-HTML. Alles, was für dieses Video wichtig ist, schreiben wir gleich hier rein. Und ansonsten benutzen wir nur SAS bzw. CSS. Und das Ganze ist hier. Ich importiere hier oben lediglich einige Farbvariablen und sorge dafür, dass der Hintergrund hier dunkel ist. Aber alles, was für dieses Tutorial wirklich entscheidend ist, das wird in diesem Video passieren. So, los geht's mit dem eigentlichen HTML-Part dieses Videos. Dieser ist sehr, sehr kurz, also wir müssen hier nicht wirklich viel machen. Und so als erstes brauchen wir eine Div-Box. Diese Div-Box hat eine Klasse namens Card und hat ein Child, nämlich auch wieder eine Div-Box mit der Klasse Content. Diese Klasse Content bzw. die entsprechende Div-Box kann alles umfassen, was ihr wollt, von Schriften, Texten, Bildern, Videos. Was euch beliebt, könnt ihr dort einfügen für dieses Tutorial oder den eigentlichen Effekt, ist das komplett egal. Das eigentlich Entscheidende ist, dass am besten der Inhalt, also der Content, auch eine dunkle Hintergrundfarbe hat und ihr auch allgemein mit einem dunklen Theme arbeitet. Ein Neon mit einem Light bzw. einem weißen Hintergrund ist vielleicht nicht das Schönste und ist nicht so richtig ansprechend, finde ich, für diese ganze Optik. Prinzipiell ist das aber schon alles, was wir in HTML machen müssen. Deswegen speichern wir das jetzt und machen weiter mit CSS. So, los geht's mit unserem eigentlichen coolen Effekt. Und das Erste, was wir machen, ist uns einige Variablen zu definieren. Weil wir werden im Laufe des Videos immer wieder die Weite brauchen, deswegen definieren wir uns direkt als Variable. Und auch die Höhe definieren wir uns direkt als Variable, weil wir die immer wieder verwenden müssen. Die nächste, die wir auch immer wieder brauchen werden, ist die sogenannte Border Size, also einfach die Größe unseres animierten Effekts. In dem Fall ist das quasi einfach diese, ja, diese schöne Neon-Border, die wir hier haben. Die wollen wir auch definieren, weil wir die auch immer wieder brauchen. Das nächste, was wir brauchen, ist Border Radius. Das ist einfach unsere runde Ecke bzw. wie groß diese sein soll. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab und das sind nämlich die ersten Variablen, die wir brauchen. Das nächste, was wir jetzt machen, ist schlicht und ergreifend erstmal unsere Card zu stylen. So, und unsere Card lässt sich relativ einfach erstellen. Und zwar sagen wir hier einfach Punkt Card und definieren uns hier eine Weite und verweisen hier einfach direkt auf unsere Weite und hier dasselbe mit unserer Höhe. Außerdem müssen wir hier eine Position und nicht Inherit, sondern Relit machen und Z-Index 2. Warum machen wir das? Wir werden ja später zwei Elemente erzeugen, nämlich einmal unsere Border und diesen schönen Neon-Glow hier im Hintergrund. Und das werden sogenannte Pseudo-Elemente, also After und Before. Und um diese absolut positionieren zu können, in Abhängigkeit unserer eigentlichen Karte, müssen wir das als Ankerpunkt definieren und das machen wir mit Position Relative. Position Relative hat daher keine Auswirkungen auf die eigentliche Positionierung der Karte, aber auf die absolute Positionierung der Childs, in diesem Fall halt unsere beiden Pseudo-Elemente. Das nächste, was wir hier machen, ist ja zu sagen, okay, unsere Karte hat natürlich auch ein Border Radius, in unserem Fall einfach Border Radius und ich mache jetzt hier einfach mal Background minus Color und sage hier CI Red und speichere das Ganze ab. Jetzt haben wir hier unsere Karte definiert und wir können hier reingehen und sagen Punkt Content und sage hier Width 100%, weil unser Content soll immer 100% der Höhe und der Weite unserer Karte entsprechen. Und außerdem sage ich hier jetzt Background Color, Second quasi meine Hintergrundfarbe und in dem Moment ist es komplett dunkel. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel hier oben sagen Padding 5 Pixel, in dem Moment haben wir hier, wie ihr seht, jetzt eine wunderbare Border erschaffen, da dieses Element hier aber noch kein Border Radius hat, können wir das jetzt einfach ja kopieren und hier einfügen, sollte man denken. In dem Moment, wenn ich das mache, seht ihr aber, dass wir hier irgendwie mehr Abstand haben in den Ecken als oben links und so weiter und wenn wir hier sehen, ist das quasi korrekt. Was heißt, wir müssen hier definitiv etwas ändern, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, funktioniert das nicht. Und wie machen wir das? Wir ziehen hier einfach unsere Border Size, also den Abstand, den wir eigentlich hier überall definieren, ab. In dem Moment, wenn wir das machen, haben wir hier einen kleineren Border Radius im Child und sehen hier wunderbar, wir haben jetzt richtig perfekte Ecken und deswegen sollte man das immer abziehen, wenn ihr quasi mehrere Ebenen von Rounded Corners habt, damit ihr nicht diesen hässlichen Effekt habt. Das schmeißen wir hier jetzt aber wieder raus und auch unsere Border Color hier brauchen wir nicht, sondern das kommt jetzt hier alles über unsere Pseudo-Elemente und um die kümmern wir uns jetzt. So, unsere beiden Pseudo-Elemente sprechen wir ganz einfach mit und, Doppelpunkt, after und dann hier oben, wo machen wir das, und, Doppelpunkt, before. Und hier können wir jetzt erstmal sagen, wir haben einen Content, dieser Content, den können wir einfach so lassen, da müssen wir nicht wirklich was mit machen. Was wir jetzt aber definieren müssen, ist einmal eine Weite und eine Höhe. Und die Weite wird wie folgt bestimmt, wir sagen eine Weite plus, und dann hier Klammer auf, Border Size mal 2. Aber warum mal 2? Wir haben in beide Richtungen eine Border. Wir haben eine Border Size von 5 Pixeln, das heißt, unsere Größe unserer Border muss ja größer sein als unsere Karte, wir wollen also die beiden Border-Abstände darauf addieren, so kommen wir zu dieser Größe. Dasselbe machen wir auch in der Höhe, nur dass sich unsere Höhe natürlich an unserer variablen Height ausrichtet. Das Ganze speichern wir jetzt ab und in dem Moment sehen wir hier absolut gar nichts. Das ist nicht weiter tragisch, denn was wir jetzt machen müssen, ist einfach nur zu sagen, Position, hier Absolut, sagen minus 1, äh, Z-Index, minus 1, damit das quasi hinter unsere eigenen Elemente rutscht, und sagen jetzt hier Background Image und unser Background Image wird definiert durch einen Linear Gradient. Das Ganze kopiere ich mir jetzt hier mal kurz rein, zack, und in dieser definiert sich wie folgt. Wir machen erstmal, dass das einfach ganz normal von oben nach unten geht und sagen hier unsere erste Farbe ist CI Red, unsere zweite Farbe ist CI Blue. Das ist so ein Cyan-Ton, das Ganze speichere ich jetzt ab und jetzt sehen wir hier schon, wir haben hier wunderbar unsere beiden Elemente erzeugt. Die sehen natürlich noch nicht wirklich gut aus und sind auch nicht wirklich gut ausgerichtet. Was wir nämlich jetzt machen müssen, ist zu sagen, wir haben hier Top und Top wird einfach minus Border Size und Left wird ebenfalls einfach minus Border Size. Das Ganze speichern wir jetzt ab und jetzt haben wir es schon mal wunderbar hintereinander positioniert, beide Pseudo-Elemente, die wir uns jetzt erschaffen haben. Dadurch, dass wir Pseudo-Elemente benutzen, habt ihr den großen Vorteil, dass euer HTML-Code relativ sauber bleibt, weil dieser Effekt für die eigentliche HTML-Struktur halt komplett irrelevant ist. Ein Browser muss nicht wissen, eine Suchmaschine muss nicht wissen, dass hier eine Border darum liegt, das interessiert ihr auch nicht sonderlich, deswegen können wir das komplett ignorieren. Was wir jetzt natürlich machen müssen, ist auch hier ein Border Radius zu definieren. Dazu haben wir unsere Variable Border Radius, das führe ich jetzt einfach ein und zack, wir haben unsere wunderbare Größe, unsere Karte sieht schon mal gar nicht schlecht aus, wie auch quasi hier. Das Ganze kann ich auch wieder auf normale Größe machen, das ist jetzt 100% und das sieht schon mal wunderbar aus. Was wir jetzt natürlich machen müssen, ist noch einiges mehr. Und zwar unser Before Tag wird quasi unser eigentlicher Hintergrund, beziehungsweise unser After wird unser eigentlicher Hintergrund und dazu sagen wir, wie auch bei restlichen Neon-Elementen, legen wir einfach einen Blur drauf, in diesem Fall abhängig von der Größe, beziehungsweise der Weite und wir haben hier einen wunderbaren Blur. Den könnt ihr natürlich hiermit wunderbar manipulieren, jetzt ist er ein bisschen stärker, ein bisschen kleiner. Ihr könnt das Ganze auch größer machen, ihr könnt auch hier noch beispielsweise eine Opacity einbauen, wenn ihr das Ganze ebenfalls mit animieren wollt oder so etwas. Also ihr seid hier relativ frei und könnt das manipulieren, wie ihr möchtet. Ich persönlich finde das relativ cool, wenn man das gerade so ein bisschen größer macht, weil das so ein bisschen mehr darauf wirkt, als wenn es stark scheint. Damit sind wir auch schon in unserer Karte relativ dicht an unserem Ergebnis, aber wir haben noch keine Animation. Diese Karte animiert sicher, ihr seht, dass die Farben der Border sowie auch des Hintergrunds sich verändern. Das heißt, wir müssen diese beiden Tags animieren. Und wie wir das machen, gucken wir uns jetzt mal im Detail an. So, aber bevor wir etwas animieren können, ist es wichtig, etwas zu verstehen. Wie zu Beginn des Videos schon gesagt, können wir dieses Attribut, also diese Funktion Linear Gradient, nicht animieren. Das können wir einfach nicht, das kann man nicht animieren. Und wir müssen ein bisschen einen Workaround schaffen. Das Erste, was wir hiervon machen müssen, ist unser Hintergrundbild, also unser Background Image, in diesem Fall die Size, zu manipulieren. Die Größe des Bildes in der Weite soll 100% betragen. In dem Fall verändert sich noch nichts. Wir wollen jetzt aber auch die Höhe unseres Bildes verändern auf 200%. Und ihr seht, es ist gerade komplett blau geworden, beziehungsweise fast komplett blau geworden. Wenn ich das auf 300% hochdrehe, dann ist es komplett blau. Der Grund hierfür ist, unser Hintergrundbild ist nichts anderes, auch wenn es gerade ein Verlauf ist, als ein Bild. Und wir haben mit Background Size jetzt gerade die Größe verändert. Hiermit die Weite auf 100% gesetzt und die Höhe quasi skaliert auf 300%. Das bedeutet, dass unser pinker Verlauf hier unten irgendwo zu sehen ist, ist aber nicht mehr Teil unseres eigentlichen Bildes, weil standardmäßig Background Images immer oben links positioniert werden. Also alles, was quasi in unserem Bild hier unten rechts ist, ist einfach nicht mehr Teil unseres Formates, weil es mit 300% aus unserem Bild rausgeht. Um das jetzt ein bisschen zu verdeutlichen, können wir das Ganze animieren, beziehungsweise positionieren. Dazu sage ich hier einfach mal kurz Background und hier Position. Standardmäßig haben wir hier 0,0 oder Top Left. Das ist quasi der Default-Wert. Ihr seht, es verändert sich nichts. Wenn ich jetzt hier aber sage 100%, mit nur einem Prozentzeichen, dann sehen wir, es ist jetzt pink geworden, weil wir die Position unseres Hintergrundbildes verändert haben. 50% verändert das wieder in eine andere Richtung und so können wir das Ganze animieren. Das heißt, wir animieren eigentlich gar nicht unser Hintergrundbild oder den Gradient, das macht eigentlich gar keinen Unterschied, sondern wir verändern die Position unseres Hintergrundbildes, das wir mithilfe des Linear Gradients erschaffen. Und wie animieren wir so etwas? Ziemlich einfach, und zwar standardmäßig mit unserem Keyframe. Und hier haben wir jetzt einfach eine Animation, die nennen wir Move. Und wir animieren natürlich unsere Background Position. Unsere Background Position animieren wir in dem Fall nicht wirklich kompliziert, nicht wirklich umfangreich, sondern wir sagen, standardmäßig starten wir Top und Center. Und wenn wir bei 100% sind, dann enden wir einfach beim Bottom und ebenfalls Center. Wir können das jetzt hier auf 300% drehen, das abspeichern. Und mehr passiert hier erstmal nicht, weil wir müssen jetzt ja unsere Animation hier erstmal definieren. Wir beziehen uns also auf unsere Keyframe Move und sagen hier einfach mal 2500 Millisekunden. Das Ganze soll Infinite laufen und Alternate sowie Linear. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir, dass das Ganze sich jetzt wunderbar animiert. Zu pink, dann wieder zu blau, dann wieder zu pink und so weiter. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich manipulieren in jede Richtung. Wenn ihr das zum Beispiel kleiner macht, dann wird dieser Effekt deutlich schneller. Wenn ihr das natürlich hier zum Beispiel auch einfach schneller animiert, dann wird das hier auch deutlich schneller und deutlich pulsierender quasi. Da sind euch also keine Grenzen gesetzt. Auch könnt ihr natürlich diesen Gradient drehen, einfach mit 45 Degree beispielsweise. In dem Moment habt ihr so ein bisschen schrägen Animationen und es sieht noch ein bisschen anders aus. Also mit diesen Werten könnt ihr hier wunderbar rumspielen, um diese Animation perfekt auf eure Webseite, auf euer Projekt anzupassen. Und ihr könnt hier meine Videokommentare schreiben, ob ihr das irgendwo verlinkt oder gebaut habt, wo es vielleicht einen wirklich coolen Nutzen gefunden hat. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social Media Links oder MSU Defiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.